Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Wobocraft mit einem Kumpel Landseller Gaming Okay man kann noch was dranhängen und ja Chicken wir nehmen das jetzt alles für ein auf einem Band auf einem Stück auf Dingens Ach hier und so Info ich hab drei Folgen und Mikael 2 weil eine Aufnahme weil mein Aufnahmeprogramm gespinnt hat und nur einen schwarzen Bildschirm aufgenommen hat und ja ich äh ja 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 wir sind halt Profis und so voll ne ein Video alle zwei Wochen voll Bro äh Pro Red Schwierig äh kämpfen Ach ja und Promocode Turkeyfest 812319 direkt ihr bei Wobocraft finde es jetzt durch wenn ihr es durch jetzt holt einen Tag lang gratis Premium ja es gibt auch noch weitere Arbeitbezug Hausrums raussuchen ja ist der einzige Grund nicht gemietet net was geht was muss man nicht verstehen ok willkommen ich ich krieg den größten Vorteil also Dingens Wieso bei mir geht 145 Prozent und bei mir auch ist unter dem mir und dem zwei über die und beim Feind ganz oft wo wo ist der Plan machen Plan ich fahr durch die tiefe Ebene der hat aber ernsthaft ein Barbie-Mobil warte auf mich der war schneller ich hatte eine Kürze mit einem Barbie-Mobil mit einem Barbie-Mobil erste Ken getroffen nein Barbie äh kann es sein dass sie schon geschehen wird ja spielen wir flack wird vor sie zerstört bin ich in der List denke ich immer noch ganz oben Nein mh 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 du stehst im Weg das kann so machen wow ich darf nicht in die Zielansicht gehen da sieht man nix Ich bin verreckt und du lebst noch Ich fühle mich verarscht Es fehlt jeden verdammten Kampf so Ich müsste auf die Probe Die größer spielen Boah klar, jetzt wird auch noch geheilt oder was Du bist tot Und das passiert Wenn es hieß, tausende Spearfeind draufhauen Der ist echt so blöd zu fliegen Garnia Pro-Prot-Head Achso, den feten Flügel Walmk Man muss, denke ich, so noch fliegen können Fusilade Ja Matze 1313 Das ist der, der mich letztlich fertig gemacht hat Der ist diesmal in unserem Team Und damit, der hat einfach mal T7-Waffen-Grabels Keine Ahnung, sehe ich nicht Der hat T7-Grabels Ähm, ich habe T7-Waffen-Grabels Das ist wirklich so, ich mache es einfach Mehr als wenn wir verlieren Wie viel hast du bekommen? Ich gucke, ich kriege es jetzt erst 68 Äh, 86 Mehr als wenn wir verlieren hätten Mehr als wenn wir verlieren hätten Das ist meine Hand Das geht mit E-Fallon also Ähm Ich mache jetzt gleich Doppel-B Und dann können wir auch schon weiter Zocken Ja, das kann mir viel kaufen, keine 6 Euro Ich kann mir 5 kaufen Ich kann mir 5 kaufen Ich kriege es immer immer nur so kleine Beträge, das ist schlimm Naja Naja Ab T T Wie ist es nochmal T5 Suche man viel mehr und die ab T4 Wisse bis und so lange es wissen wir wie sie Ich wollte man allerdings auch schon Teg. und die kriege ich ja nicht Dann muss Dann soll ich jetzt mal vorfahren Ja, wäre nett Du bist eh weiter als ich Oder wir sollten nur auf T3 gehen Weißt du, wenn ich es jetzt einfach mal bin? Du bist jetzt ein Anderen Panzer oder was? Du hast es kennt doch, was ist ein Anderen Panzer Ich baue jetzt einen Anderen Panzer Und nehme den auf T3 Oh, das kann dauern Dann gehe ich so lange in Practice Mode Ist weh, no fair Ist weh, no fair Ist weh, no fair Und nimm den auf T3 Ja, ist ja ok Das Problem ist, dass ich nicht so gut einen Panzer gebaut habe Und das ist mein einziges, den ich gerade noch habe Also erstmal fangen wir mit einem Brotkasten an Da drum herum baut man dann sein Fahrzeug In den Brotkasten hinein kommt der Piotensitz Ja, jetzt gibt es ein Tutorial Gehen Es bugget Ich treffe nicht Und weil ich es einfach mal nett bin zu allen anderen Spielern Nimmst natürlich das erste Arte Böck, ne? Hm Kann man auch die ersten mit Waffen besiegen? Äh, ja Oh, nee, nicht der, der Schkacke Das stimmt Dann kommt Dann kommt Die Räder Und dann kommt die weiter nach vorne gesetzt So Läuft eigentlich noch Ruhe im A im Kino? Äh, kann ich nichts Den Film, wo die den BND hacken Weil die Wäldchen schon die ganze Zeit guckt Weil die Wäldchen schon die ganze Zeit guckt Also es geht nur zu gehen Okay Du wirst es dann sehen Das hängt ganz schnell Ich weiß Hat Starmid und so, äh, Starmid? Was? Ewigkeit nicht gezockt, kommst du jetzt darauf? Obwohl ich weiß nicht, ob du es dort hast Ich baue da momentan ein paar Surfer Und dann eine Raketen-Fregatte Okay Und so ist es dann Und so ist es dann Es sind dann glaube ich so 400FPS ins damit Wenn ich die Hauptraketen abfeuere habe ich so noch 20 Das ist schon ein guter Das stimmt, aber es geht extrem auf die FPS Also aufnehmen könntest du es nicht Aber es ist schon besser als Minecraft Ja, weil du im All bist Das machst du eigentlich schon noch schlimmer Weil die Welt ist saugroos Und Antis groß Ja, das macht es ebenso schlimm Das habe ich selber ausgetestet Wir sind schon mal 20 Stunden in Richtung geflogen Da war ich mir gerade eines Bin schon mal in Starmid auf einem Server Ähm, da gab es so ein Portal Wo man an einen ganz anderen Ort kommt Ja Ähm, dort geflogen Ich wusste nicht, wie es ist hier übrigens Um hier zurückzukommen Ich durfte 200 Kilometer fliegen Und die Angaben sind in S Also KMH sind auch KMH Und du hast nur 70 Ja Ich durfte mehrere Stunden Und sie fangen Und sie fangen Ja, zurückfliegen 3 Stunden Zumil verarscht geführt Du hast dich gefragt, wie es geht Freiklitz jetzt auch Jetzt kann ich nur mehr wahrstellen Was Ball hat auf mich Das schließt Halt, stopp, was hat geschossen Was hat geschossen Dann... ... 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 Prozent und Bild bei uns hier dringend es gibt es tut das war Tor jetzt machen die Nubel ganz so gut aussieht und Prozent wir könnten doch mal damit aufnehmen auf dem server das geht ja noch mehr auf die fps na so ist das nun auch nicht ich konnte den einen tag nicht aufnehmen ich konnte den einen tag nicht mal anno aufnehmen weil ich fps von 120 hatte na und das ist so gut 120 fps sind sehr gut ein griff ab 100 schmiert der computer ab nein 100 fps sind gut du meinst jetzt irgendwas anderes was ist nichts was dir hat 100 fps fängt doch alles an zu lenken nein wenn ich aber nicht wirklich was anderes du führst gerade auf Hals rum das ist vielleicht eine andere Anzeige ich werde sie eh bald sehen ich werde sie eh bald sehen du wirst jetzt erfahren sonst bin ich die ganze folge nur im practice mode nur noch eine sache muss einfügen so und ich bin fertig wo das gefütze ich muss noch den gefütze umsetzen weiter nach hinten in die mitte jetzt war das auf die sache ich habe auch nicht genug tagpunkte in dem t3er bereich bin drin ähm fpp ist jetzt jetzt es gibt uns beim panzer jahren warum ist er pink dann ist das dann was kein t3 kann es ist jetzt da hätte ich fünf gebrauchen könnten es ist auch egal Hä? Wo ist denn der Typ? Ach dort. In der Mitte. Geh, das ist eigentlich auch immer die Feindbasis ein. Alter, guck dir mal, hier liegen 31 an. Wie ich denn? Da. Tattoo hoppt. Er kommt mal in meine Richtung. SMG Tank spottet. Ähm. You guys, das ist ein T-8er. Oh fuck. Ähm. Sensiert. What the fuck? Ende der Straße? Egal, fuh weiter. Fah, 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 fah. Fah, 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 fah. Ich bin gleich da. Fah, fah, Full. Fah. Köln Köln so auch sie jetzt ist das Haus mit der Ecke das ist nicht zensieren das ist ein Panzer die Bühne haben ich habe die Verbreitung nicht abzuschießen Döckchen Waffen mehr glaub ich der hat Waffen jetzt nicht mehr der hat aber extrem starke Blöcke ja es ist und sie hat sich auf mich wirken müssen können wie wenn dieses lange schwebende Brett es ist die Hälfte Weg wo findest du meinen Panzer vor Ort sehen das ist noch wichtig zumal liebst du noch Nörden Böckchen lange suchen Schießt wird auch keine Nennstecken ne jetzt hat er keine Waffen mehr der sollte umbauen Angry Gamer PT und besseres Hirn üben und jetzt versucht er einfach nur noch zu übergeben der Feind bist du noch dran? ja ich bin noch dran ich bin noch nicht von gerade weg interessantes Battle will ich den fertig machen wäre es nicht so nah rangegangen hättest du übergeben und du auch und du auch schlimm ach komm auf die Belohnung 1700 und 0 Tech Taukens ach man ähm was muss man denn noch ähm machen auf dem T3 Baum alles oder warte T3 alles alles dann mal das nächstes Battle also das nächste Battle du kannst du auch mal vielleicht Drohkopf Privat öfter spielen ja mit Prämien geht am besten wir sind die Market Battle ich weiß Stimmt du kriegst das auch angezeigt es ist als ganz großen roten Banner hä warum Alter wie lange haben wir jetzt schon es seit zwei Stunden ist Sonntag und es gab bisher wieder 4000 nach dem Battle nach dem Battle beenden wir die Folge und es gab bisher fast über vierte der Friendship Tank der Freundschafts-Panzer ähm ach man muss die Brombo alle mit er Deutschland sagt als debts Euro als sich hier kommt aber noch Gather Papa das geht gar nicht so vertreten sie haben Leute specifische exakt das ist ja es geht ich muss nicht frei gefahren wie vieles geht es wird was das zufrieden noch tritt ich schicht die mann Gott hat mich erhört ich stehe richtig rum k wusste ich konnte hatte hatte das ist ein paar Prozent ja ich weiß nicht von der Zeit also jetzt bekommt wird er trugen wenn ich jetzt keine der Ballert auf mich der oder das war lauter 2 2 2 2 aber sich das ist das ist und jetzt das ist nicht Doch. Du kleines BIEB! Und? Die Feinde führen. Wollen wir hier... Wir fliegen eher so. Äh, ja. Komm, wir gehen da ja gleich die Folge. Weiß ich nicht, wie viele Punkte du jetzt bekommst? Entschuldigung. Dann lache ich. Fünf Scheiß. Vier! Also ich hab's beigekommen. Eine Frage. Hast du noch dieses Galaxy-Ding-Programm-Zeug? Galaxy was? Galaxy-Cass. Das bläwe Geld. Jahrhundert. Lass ich was sagen. Bei Teele kannst du die Tech-Token-Summit 1.000. Hä, wie? Du drückst hier und dann sei so bei den Tech-Token's noch Rester zur Feier. Du bist einfach so viel Muckes draufdrücken. Faschen? Was? Nö, ich mach's ehrlich. Die Tech-Token-Summit-Panzer. Die Tech-Token-Summit-Panzer. Und wir sagen dann mal... ... ... das Heilt der Volk mit der Panzer. So nennt es Folge. Der Geizeprässel. Welt in Basis in des Wortes wir sagen wieder mal Ciao vom Let's Play Together Robo Craft und wir sehen uns in der nächsten Folge